Sag mal Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben, bekannt durch Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop. Wenn ihr von Rottweil in Richtung Schramberg fahrt und dann das Kinzigtal nehmt, dann kommt ihr am Wolfthal vorbei. Dort ist die Heimat meines heutigen Talkgasts Astrid Lehmann. Sie hat gerade ein neues Buch veröffentlicht, eine Reise zu den schönsten Gärten im Schwarzwald. Wo sich diese befinden? Bleibt dran, ich bin die Tanja Köhler, eure Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop Psychologin. Auf der Webseite des Gmeiner Verlages steht, nach einer kurzen Kindheit in Frankreich und einer etwas längeren Jugend im Schwarzwald, hat Astrid Lehmann auf drei Kontinenten in großen Metropolen gelebt und gearbeitet. Nach vielen Jahren in der Ferne ist die Autorin und Wildpflanzenpädagogin vor über 15 Jahren in den Schwarzwald zurückgekehrt und wohnt heute mit ihrer Familie im wunderschönen Wolfthal. Liebe Astrid Lehmann, wie schön, dass du zu Gast bei mir in der Sendung bist. Besser hätte ich es gar nicht zusammenfassen können. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Von Herzen gerne. Liebe Astrid, vor kurzem hast du dein neues Buch veröffentlicht, eine Reise zu den schönsten Gärten im Schwarzwald. Darüber reden wir gleich noch. Unsere Hörer freuen sich aber immer wieder, wenn sie ein bisschen mehr über meine Talkgäste erfahren. Wer ist Astrid Lehmann in 20 Sekunden? Eine französische Schwarzwälderin, meine Maman Bretonin und mein Papa Schwarzwälder. In meinem vorigen Leben war ich in der Finanzwelt tätig und habe auf drei Kontinenten gelebt und gearbeitet. Doch irgendwann wurde die Sehnsucht nach dem Schwarzwald zu groß. Und wahrscheinlich auch nach der Natur. Liebe Astrid, von Autorin zu Autorin, du hast ja schon einige Bücher veröffentlicht vom historischen Roman »Die Heilerin vom Schwarzwald« über True Crime, Kurzgeschichten hin zu Bildbändern, alle mit Schwarzwaldbezug. Woher kommen deine Ideen und woher kommt deine Liebe zum Schwarzwald? Die Ideen flüstert mir tatsächlich der Wald zu. Ich habe einen Hund und gehe jeden Tag mit ihm spazieren. Und wenn ich da so in meiner Gedankenwelt bin, dann sprudeln die Ideen wie von selbst. Und meine Liebe, ich bin ein Kind des Waldes. Aha, und was kann es da Schöneres geben als den Schwarzwald? Liebe Astrid, in der Tat musste ich erstmal schauen, was genau eine Wildpflanzenpädagogin überhaupt macht. Für unsere Hörer habe ich mal Schwerpunkte eurer Ausbildung ausgewählt und freue mich, wenn wir die mal kurz miteinander klären. Bist du bereit? Ja. Pflanzenheilkunde. Pflanzen sind komplexe Lebewesen. Sie bestehen ja nicht nur aus Vitaminen und Mineralstoffen, sondern sekundären Pflanzenstoffen zum Schutz der Pflanze. Und wenn wir die Pflanzen essen, dann schützen diese Stoffe uns. Und damit beschäftigt ihr euch dann? Genau, unter anderem. Wildpflanzen und Bäume als Nahrung und Genuss. Mein Lieblingsthema. Mit einer Handvoll Löwenzahnblüten, ein paar Blüten, Giersch oder Blätter zaubern wir in Windeseile ein leckeres Rezept. Ah, jetzt weiß ich, wo ich mit meinem Löwenzahn hin soll, weil ich habe eine ganze Wiese davon immer. Buttergelb, wunderschön, aber Permakultur. Der Garten, den wir bewirtschaften, ist uns nur eine Zeit lang anvertraut. Auch wenn wir den Stempel drauf machen, wenn er uns gehört, so sollten wir sorgsam mit ihm umgehen und ihn an die nächste Generation weitergeben. Das finde ich einen wunderschönen Gedanken. Genauso lebe ich auch, auch wenn ich manchmal anders aussehe oder um die weltzische Naturverbindung. Pflanzen sind die Grundlage allen Lebens auf Erden und deswegen fühle ich eine große Dankbarkeit und ehrfeucht den Pflanzen gegenüber. Dein Buch trägt ja den Titel Eine Reise zu den schönsten Gärten im Schwarzwald. Verborgene Gartenparadiese entdecken. Was erwartet die Leser des Buches? Das Buch stellt 24 Gärten vor, vom Bauerngarten über Apotheker, Kloster und Heilkräutergarten, exotische Gärten, Forschungsgärten, Landhausgärten, Parks. Also eine Reise, eine vielfältige Reise durch den Schwarzwald. Und zu jedem Garten gibt es auch ein Pflanzenporträt, ein Tierporträt und natürlich ein leckeres Gartenrezept. Jetzt bin ich echt neugierig. Im Schwarzwald gibt es ja sicherlich unzählige solche schöne Gärten. Wie haben denn diejenigen, die es in dein Buch hineingeschafft haben, was haben die Besonderes an sich? Wie haben die es geschafft? Da hast du recht, Tanja. Es gibt ja vieltausendfache schöne Gärten. Alle Gärten, die im Buch sind, die kann man auch besuchen. Und das war mir sehr wichtig. Nicht, dass der Leser Appetit hat und dann vor einer verschlossenen Gartentür steht. Ah, das heißt, ich kann da reingehen und schauen. Absolut. Oh, was für eine schöne Idee. Also das werde ich mir auf jeden Fall holen und da werde ich auch mit hineingehen. Ich fange mit dem an, mit deinem Lieblingsgarten. Hast du einen? Nein. Ganz klar nein. Weil jeder Garten wurde ja von einem Menschen geschaffen, der eine große Liebe zur Natur hat. Es ist also eine Liebesgeschichte, 24 Liebesgeschichten, weil der Garten auch etwas erzählt. Also wenn wir ihn beobachten, dann erfahren wir auch etwas über den Menschen. Astrid, ich habe dir ein Zitat mitgebracht und bin auf deine Gedanken gespannt. Bist du bereit? Ja. In einem Terminkalender ist nichts so wichtig, wie eine Stunde Muse im Garten oder in der Natur einzuplanen. Absolut. Die Natur, der Garten, die erden uns. Da kommen wir zur Ruhe und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist ja oftmals auch so ein Grund, dass wir uns so gehetzt fühlen, weil wir es uns eben nicht einplanen. Genau. Das Zitat ist übrigens von Johannes Rau, das war unser achter Bundespräsident. Zum Schluss noch mal einen Blick hinter deine ganz persönlichen Kulissen. Mal angenommen, du bist auf einem Streifzug mit deinem Hund durch die schöne Schwarzwälder Natur. Wem würdest du dort gerne begegnen? Und welche Frage würdest du dieser Person stellen? Am liebsten würde ich Hildegard von Bingen begegnen. Sie war ja nicht nur eine bedeutende Naturwissenschaftlerin, Forscherin und Pflanzenexpertin, sondern auch eine sehr emanzipierte Frau in einer grauen Vorzeit. Ich würde sie einfach fragen, welches Kraut sie empfiehlt, das unsere Seele streichelt. Was für eine schöne Frage. Liebe Astrid, wir sind leider schon am Ende unserer Sendung angekommen. Vielen Dank, dass du zu Gast in meiner Sendung gewesen bist. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Mehr Infos über Astrid Lehmann findet ihr, wenn ihr ihren Namen googelt und vielleicht noch Schwarzwald- und Wildpflanzenpädagogik mit dazu eingibt. Aber auch auf allen Buchhandelsportalen findet ihr ihre Bücher. Und meine Bitte, unterstützt den lokalen Buchhandel. Ich bin die Tanja Köhler, eure Antenne 1, Neckarburg-Rock- und Poppsychologin. Das war Satmaltanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1, Neckarburg, Rock und Pop. Bis zum nächsten Mal.